Elisa, hast du vielleicht ein Tampon dabei? Nein, sorry. Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein Tampon dabei? Ne, tut mir leid. Entschuldigung, haben Sie einen Tampon? Ne. Ja, wenn ich dir noch sage, vor zehn Minuten war er noch im Wagen. Das ist das Einzige, was ihn beruhigt. Jetzt such doch mal mit. Du, ich guck doch schon. Ja, ich guck doch mal.